Das geht dann hier rein, in Kampffähigkeiten wieder. Ich bin echt damit... Oh. Oh, Abtrock braucht 175 Steine. Nicht nur 150. Können wir sie bescheißen? So, ihr seid die mit den Steinen. Und dann merkt er Abtrock, dass ich sie jetzt verarscht hab. Nö. So, und dann kann ich noch... Oh, die haben wir gleich alle Steine abgeben. Auch gut. Aber ja, wir wollten hier noch die Wissensschriftrolle und den Chaosring kaufen. Oh. Aber nee, den brauchen wir nicht, das Titan-Schwert. So, wollten wir beides dir geben? Äh, bisschen Schriftrolle. Are we going to fight or what? No one can compare with us. Fall in? Yes! Hier Richtung seid ihr. So. Jetzt warten wir, bis meine Truppen da sind. Dann greifen wir den Außenposten an und haben die Mission auch endlich geschafft. Lief doch ganz gut eigentlich. No one can compare with us. Das imperiale Lager hat sechs Truppen und was auch immer noch da davor lagert. So, da sind meine Ochs. Nein. Das war's. Jetzt fangen sie an in den Bäumen zu sein. So, jetzt noch du, Verkeilter, hier. Danke. Ja, Bäume sind wirklich die übelsten Gegner in diesem Spiel. Und das Schlimmste ist, man kriegt sie nicht nur mit nem Feuerballzaubertod. Ja, und man hat gemerkt, Prinzessin Dahlia war schon von Anfang an gegen diesen Krieg. Den Zieh, den wir als Zieh angezettelt haben. Yes? Aim for the head! At last. So, letzter Quicksave hier. Jetzt machen wir dann die Mission fertig. Einer der wenigen Elfen, der den Menschen tausend und in den Friedrichart Konflikte zu lösen vorzieht. We're ready. Tear them to pieces. Your wish is our command. Here they are. Tear them to pieces. Yes? We can do it, together. Yes? Are we going to raid this village? Tear them to pieces. Hmm. Now what? Was machen die vielen Magier da oben? Also außer Nerven. No one will escape. Er. Er. At last. We'll share the trofus. Er. 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 Sie haben ihre eigene Blut gebraucht. Sie verdient es. Werden wir in unsere Lande mit einem Schaden will die mit dem Axe. Die ganze Kampf wird so blödieg. Wir müssen einige von den Empires'n Norden bewerben. Wir müssen die Panik über die Humansen und die Arme verbrechen. Wir müssen hier parten. hier you go with the orcs iron and we'll pass messages through you so ist das nicht schon das ende der mission ja fortfahren der krieg die imperialen wachen in der nördlichen sümpfen wurden vernichtet es ist an der zeit das ganze orkland vor den menschen zu säubern meine soldaten waren supposed to arrive before me die hier die scouts reporten assorten Okay, wir haben unsere Armee und den da. Oh, die Map sieht überschaubar aus. Also es gibt zwei... was? Doomfort und Stepfort, okay. Olschitz und Agral. Are we going to fight or what? Landsmen! The army of the Kahanat is on its way. Together we'll drive the intruders from our lands. Mekon, heard my prayers. My soldiers are exhausted after the long march. A substantial dinner and a good night's sleep is what we need now. I'd have thrown a feast in your honor at any other time. Our cellars are empty and we have nothing to offer your soldiers. The Imperial Jackals are trying to oust us from these lands. They burn down our mill and build their outpost in its place. Our children are starving. Well, I'll go there immediately. They'll see what orcs in a rage are capable of. Mhm. Hier haben sie einen Außenposten errichtet oder wollen einen Außenposten errichten. Auch gut. Das ist nicht gut. Archery is our calling. Das ist jetzt doppelt nicht gut. Yoho! At last. Äh, nein. Nochmal spielen. Dich bitte umstellen. So, das können wir gerade überspringen. Und ja, ein dunkler Schamade bildet die Stadtstufe 4. Äh. Okay. Und, at last. Are we going to fight or what? Also, wahrscheinlich erst mal diese Halbwünsche befrieden und hier im Sumpf die Gruft. Weil das hier sieht nicht begehbar aus. Are we going to fight or what? Oh, und hier werde ich einfach angegriffen. We'll share the trophies. The spirits are with us. Me. Our arrows will hit your target. So, die bitten um Hilfe. Rocklager und Loisgrube vernichten. Kriegen wir hin. Und ja, im Augenblick... I've done my part. It's time for builders and carpenters to do their job. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt müssen die Maurer und Tischler an das Werk. Warte, ich habe meinen Schamanen verloren? Äh. Durch was habe ich meinen Schamanen verloren? Gott, was geht hier nur kaputt, ey? Das erklärt auch, warum mein Mann da so schnell runtergetickt ist. Irgendwer hat meinen Schamanen ins Visier genommen. At last. So. Das gemeine ist ja, ich kann nicht, während ich mich so bewege. Also nicht, während ich pausiert habe, mich so bewegen. Bringt die Urge dazu, die Elfen in Ruhe zu lassen. Äh. Meine Truppen sind unter Attack. Und schlage�st der bisschen-